Im ersten Kapitel von So denken Millionäre geht es um die Einstellung zum Geld und wie sie deine finanzielle Lage beeinflusst. Der Autor Harry Eker betont, dass die Art und Weise, wie wir über Geld denken, entscheidend dafür ist, ob wir finanziell erfolgreich sind oder nicht. Er beschreibt, dass viele Menschen eine negative Einstellung zum Geld haben und es als etwas betrachten, das schwer zu verdienen und schwierig zu behalten ist. Erfolgreiche Menschen hingegen haben eine positive Einstellung zum Geld und betrachten es als etwas, das sie verdienen und behalten können. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Unterbewusstsein. Eker sagt, dass unser Unterbewusstsein unser Denken und Handeln beeinflusst und uns oft davon abhält, finanzielle Erfolge zu erzielen. Negative Glaubenssätze und Einstellungen, die tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind, können uns daran hindern, unser volles finanzielles Potenzial auszuschöpfen. Er gibt Beispiele dafür, wie negative Glaubenssätze zum Geld aussehen können, wie zum Beispiel Geld ist die Wurzel allen Übels oder Reichtum ist nur für diejenigen, die Glück haben oder erblich vorbestimmt sind. Er ermutigt seine Leserinnen und Leser, diese Glaubenssätze zu hinterfragen und zu verändern, um eine positive Einstellung zum Geld zu entwickeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt im ersten Kapitel ist die Verantwortung für das eigene finanzielle Leben zu übernehmen. Eker betont, dass erfolgreiche Menschen die Verantwortung für ihre finanzielle Situation übernehmen und nicht auf andere oder Umstände außerhalb ihrer Kontrolle verweisen. Sie müssen erkennen, dass sie selbst für ihr finanzielles Wohlergehen verantwortlich sind und sollen bewusste Entscheidungen treffen, um ihre Ziele zu erreichen. Im zweiten Kapitel geht es um die Bedeutung von Einstellungen und Überzeugungen in Bezug auf den finanziellen Erfolg. Eker argumentiert, dass unser Denken unsere Ergebnisse bestimmt und dass erfolgreiche Menschen eine positive Einstellung haben, während erfolglose Menschen negative Überzeugungen haben. Er behauptet, dass die Einstellung zur eigenen finanziellen Situation eine entscheidende Rolle spielt. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir arm sind und nicht genug Geld haben, werden wir wahrscheinlich nicht aktiv daran arbeiten, unsere finanzielle Situation zu verbessern. Umgekehrt, wenn wir glauben, dass wir reich sein können und das Potenzial haben, unser Einkommen zu steigern, werden wir eher Schritte unternehmen, um unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt im zweiten Kapitel ist die Bedeutung von Zielen. Eker argumentiert, dass erfolgreiche Menschen klare finanzielle Ziele haben und sich auf diese konzentrieren. Indem wir uns also klare Ziele setzen und uns auf diese Ziele konzentrieren, können wir unser Denken und Handeln darauf ausrichten, diese Ziele zu erreichen. Das dritte Kapitel behandelt die Idee, dass unser finanzieller Erfolg von unserer Fähigkeit abhängt, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Eker argumentiert hier, dass erfolgreiche Menschen sich bewusst dafür entscheiden, Verantwortung für ihre finanzielle Situation zu übernehmen, während erfolglose Menschen oft die Schuld für ihre Situation auf äußere Faktoren schieben. Eker meint, dass es wichtig ist, unsere Denkmuster zu überprüfen, um herauszufinden, ob wir eher Verantwortung für unser Leben übernehmen oder die Schuld für unsere Probleme anderen zuschieben. Er argumentiert, dass erfolgreiche Menschen Verantwortung für ihre finanzielle Situation übernehmen, indem sie klare Ziele setzen, hart arbeiten und Entscheidungen treffen, die auf ihren Zielen und Werten basieren. Eker beschreibt auch die Bedeutung von Entscheidungen und Handlungen. Er betont, dass unsere Entscheidungen und Handlungen unseren finanziellen Erfolg beeinflussen. Wenn wir beispielsweise entscheiden, mehr Zeit und Energie in unsere Karriere zu investieren, werden wir wahrscheinlich eher finanziellen Erfolg haben, als wenn wir uns nicht bemühen. Ein weiterer wichtiger Aspekt im dritten Kapitel ist die Bedeutung von Risikobereitschaft und dem Umgang mit Misserfolgen. Eker beschreibt, dass erfolgreiche Menschen oft bereit sind, Risiken einzugehen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wenn sie scheitern, lernen sie aus ihren Fehlern und versuchen es erneut. Erfolglose Menschen hingegen scheuen oft Risiken und geben auf, wenn sie scheitern. Das vierte Kapitel beschreibt noch einmal genauer, wie du deine Einstellung zum Geld verbesserst. Eker unterscheidet dabei zwischen zwei grundsätzlichen Einstellungen, der reichen Einstellung und der armen Einstellung. Eker betont die Bedeutung von positiven Affirmationen und Visualisierungen, um unser Unterbewusstsein auf Erfolg auszurichten. Er schlägt vor, dass wir uns regelmäßig positive Sätze wiederholen wie ich verdiene mehr Geld oder ich habe finanzielle Freiheit, um unsere Gedanken auf Erfolg auszurichten. In Kapitel 5 geht es um das Thema Sparen und Investieren. Eker argumentiert, dass es wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wir unser Geld ausgeben und es in Bereichen zu investieren, die uns langfristig finanzielle Sicherheit bieten. Er beschreibt, dass es zwei Arten von Ausgaben gibt, notwendige Ausgaben und Ausgaben für Vergnügen und Luxus. Notwendige Ausgaben sind die Ausgaben, die wir tätigen müssen, um zu überleben, wie Miete, Essen und Kleidung. Ausgaben für Vergnügen und Luxus sind die Ausgaben, die wir tätigen, um uns zu belohnen oder um unser Leben angenehmer zu gestalten. Eker betont, dass es wichtig ist, ein Gleichgewicht zwischen notwendigen Ausgaben und Ausgaben für Vergnügen und Luxus zu finden. Er schlägt vor, dass wir mindestens 10% unseres Einkommens sparen sollten und dass wir uns darauf konzentrieren sollten, unser Geld in Bereichen zu investieren, die uns langfristige finanzielle Sicherheit bieten. Eker gibt auch praktische Tipps, wie man sparen und investieren kann. Er schlägt vor, ein Budget zu erstellen und regelmäßig zu überprüfen, um zu sehen, wo man Geld einsparen kann. Er empfiehlt auch, Schulden abzuzahlen und nur in Bereiche zu investieren, die man versteht und die einen langfristigen Nutzen bieten. Das sechste Kapitel von So denken Millionäre behandelt die Bedeutung von Entschlossenheit. Eker betont die Wichtigkeit von Entschlossenheit. Er erklärt, dass Entschlossenheit bedeutet, sich auf seine Ziele zu konzentrieren und Hindernisse zu überwinden, um sie zu erreichen. Eker schlägt vor, dass wir unsere Entschlossenheit steigern können, indem wir uns klare Ziele setzen und uns darauf konzentrieren, sie zu erreichen. Eker gibt auch praktische Tipps, wie man Risiken eingehen und Entschlossenheit aufrecht erhalten kann. Er empfiehlt, positive Selbstgespräche zu führen, um das Selbstvertrauen zu stärken und sich von negativen Menschen fernzuhalten, die uns daran hindern, unsere Ziele zu erreichen. Eker ermutigt auch dazu, Feedback von anderen zu suchen und aus unseren Fehlern zu lernen, um uns weiterzuentwickeln. Im siebten Kapitel geht es um das Thema, wie man sein Geld verwaltet. Eker betont, dass erfolgreiche Menschen eine kluge Geldverwaltung praktizieren und ihr Geld gezielt einsetzen, um langfristigen finanziellen Erfolg zu erzielen. Er beschreibt, dass die meisten Menschen ihr Geld unkontrolliert ausgeben und keine klare Vorstellung davon haben, wofür sie ihr Geld ausgeben. Erfolgreiche Menschen hingegen haben eine klare Vorstellung davon, wie sie ihr Geld einsetzen möchten und treffen bewusste Entscheidungen darüber, wofür sie ihr Geld ausgeben. Sie setzen Prioritäten und legen fest, welche Ausgaben für sie wichtig sind und welche nicht. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bedeutung von Finanzbildung. Eker behauptet, dass erfolgreiche Menschen sich kontinuierlich weiterbilden und sich über finanzielle Themen informieren. Sie haben ein gutes Verständnis von Finanzmärkten und investieren ihr Geld auf der Grundlage von fundiertem Wissen. Das achte Kapitel zeigt die Bedeutung von geistigem Reichtum und spirituellem Wachstum für den Erfolg. Eker argumentiert, dass geistige und spirituelle Entwicklung wesentlich für ein erfülltes Leben und finanziellen Erfolg sind. Er betont, dass geistiger Reichtum mehr ist als nur Geld. Er beschreibt es als die Fähigkeit, die Schönheit im Leben zu sehen, Beziehungen zu schätzen und sich selbst zu akzeptieren. Er empfiehlt, täglich Dankbarkeit zu üben und uns auf positive Dinge im Leben zu konzentrieren, um geistigen Reichtum zu kultivieren. Der Autor erklärt auch die Bedeutung von spirituellem Wachstum. Er beschreibt es als die Fähigkeit, unsere Verbindung zum Universum zu erkennen und uns selbst und anderen zu helfen. Eker schlägt vor, dass wir uns auf unser höheres Selbst konzentrieren und regelmäßig meditieren, um unser spirituelles Wachstum zu fördern. Eker betont, dass geistiger und spiritueller Reichtum in direktem Zusammenhang mit finanziellem Erfolg stehen. Er erklärt, dass Menschen, die geistig und spirituell reich sind, in der Regel erfolgreicher sind, weil sie eine positive Einstellung und eine bessere Fähigkeit haben, mit Herausforderungen umzugehen. Eker gibt auch praktische Tipps, wie man geistigen und spirituellen Reichtum entwickeln kann. Er empfiehlt, dankbar zu sein, positive Affirmationen zu wiederholen und Zeit für persönliche Entwicklung und Wachstum zu schaffen. In Kapitel 9 geht es um die Bedeutung von Entscheidungen und Verantwortung für unseren Erfolg im Leben. Hier betont Eker, dass unsere Entscheidungen und Handlungen direkt unser Leben beeinflussen und dass wir für unsere Ergebnisse verantwortlich sind. Er erklärt auch, dass erfolgreiche Menschen sich bewusst dafür entscheiden, reich zu werden und ihre Ziele zu erreichen. Außerdem wird gezeigt, dass wir unsere Gedanken und Überzeugungen kontrollieren müssen, um unsere Entscheidungen und Handlungen zu beeinflussen. Er schlägt vor, dass wir unsere Gedanken auf positive Dinge richten und uns von negativen Gedanken und Überzeugungen fernhalten sollten, die uns von unserem Erfolg abhalten könnten. Eker gibt praktische Tipps, wie man bessere Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen kann. Er empfiehlt, eine klare Vision und Ziele zu haben. Außerdem sollten deine Entscheidungen auf Fakten und nicht auf Emotionen basieren. Man sollte sich auch auf Lösungen statt auf Probleme konzentrieren und sich auf kontinuierliches Lernen und Wachstum fokussieren. Das zehnte Kapitel befasst sich zusammenfassend damit, dass finanzielle Freiheit nicht nur durch hohes Einkommen, sondern auch durch kluges Geldmanagement und Investitionen erreicht werden kann. Durch das Erstellen eines Budgets, Sparen und Investieren in passive Einkommensquellen kann man eine solide finanzielle Basis schaffen. Bildung und Weiterbildung sind ebenfalls wichtig, um sein finanzielles Wissen und seine Fähigkeiten zu verbessern.